Geh weg! Okay, komm mal aus. Eeejo Leute, willkommen zu meinem Video. Heute gibt es mal einen zweiten Teil von Lustige Schilder. Wir hatten ja schon mal einen Teil mit lustigen Schildern und ich fand das sehr, sehr lustig. Und auch heute habe ich wieder ein paar lustige Schilder mitgebracht, die uns zusammen anschauen. Und sehen mal, wie lustig die diesmal sind. Und wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und aktiv die Glocke. Aber jetzt geht es los mit den Schildern. Beginnen wir mit Schildern Nummer 1 und das ist dieses hier. Da steht drauf, es ist verboten, auf dem Hof sich aufzuhalten, zu schwätzen, sich zu ergeben und zwischen den Mülltonnen zu f***ern. Jetzt habe ich es natürlich zensiert. Jetzt ist die Frage, was ist auf diesem Hof überhaupt gestattet? Man darf sich nicht aufhalten, man darf nicht reden, man darf sich nicht übergeben. Erstmal übergeben. Auch wenn das irgendwie komisch ist. Naja gut, das letzte. Aber was darf man auf diesem Hof überhaupt? Das nächste, hier gibt es eine Touristen-Blutwurst zu kaufen. What? Ja, ich weiß, natürlich, denkt nicht jeder gleich an Blutwurst aus Touristen, sondern eher Blutwurst für Touristen, was hier ja gemeint ist. Aber es klingt halt doch so ein bisschen, als wäre es jetzt Blutwurst aus Touristen gemacht. Hier ist jetzt auf verschiedenen Sprachen eine Sache gesagt. Doch steht da wirklich das gleiche? Also ich kann ja auf jeden Fall Englisch und Deutsch kann ich halt auch. Oben steht halt auf Englisch, Vorsicht, Treibsand. Und unten in Deutsch steht, herzlich willkommen. What? Das ist aber sehr, sehr nett von denen. Viele fahren mit der Bahn und ja, nicht jeder mag die Bahn so gerne, was auch irgendwie verständlich ist. Und auch da, bei der Bahn, hat sich immer gedacht, ich habe die Schnauze voll. Da steht einfach da bei dieser Angabe, wo eigentlich draufsteht, wo es hingeht, ich habe die Schnauze voll. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Hier ist eine Pizzeria, die auch liefern. Auf jeden Fall kostet jede Nudel 4 Euro. Ist jetzt wieder so eine Sache. Natürlich geht es hier wirklich um Nudeln, aber es klingt halt auch wieder komisch. Ja, jede Nudel 4 Euro, ähm, ja. Man hätte es anders erschreiben können. Jede Nudelsorte zum Beispiel, ich glaube, das wäre irgendwie besser gewesen. Zum anderen, wenn wirklich jede einzelne Nudel 4 Euro kostet, wäre es ja auch mega teuer. Ganz davon abgesehen. Jetzt mal eine Frage an jeden. Was soll dieses Schild eigentlich mir sagen? Achtung, wenn du dich anschließt, fliegt dein Kopf weg. Oder was sein könnte, Ballspielen verdorren. Warum hat der Typ dann keinen Kopf? Also irgendwie, ich verstehe dieses Schild nicht. Wenn irgendjemand weiß, was das heißt, schreibst du mir doch gerne in die Kommentare, denn ich weiß nicht genau, was das Schild mir eigentlich sagen würde. Ja, und hier gibt es die Abwechslung mal keine gefüllten Paprika, sondern gefühlte Paprika. Ja, ist ein kleiner Schreibviel, der kann mal passieren. Aber es klingt halt irgendwie schon ein bisschen komisch, wenn man eine gefühlte Paprika kauft, statt eine gefüllte Paprika. Das Schild hier ist sehr, sehr interessant. Denn ja, ich wollte mir was kaufen. Ich wusste nicht genau, wie es in einer anderen Sprache heißt, deswegen habe ich mal nachgeschaut. Sandwich. Es macht halt keinen Sinn, eine Übersetzung zu schreiben, wenn es in jeder Sprache, die da übersetzt wird, gleich heißt. Macht halt echt keinen Sinn. Hier ist jetzt ein Schild, das uns sagt, Singeln und Pfeifen im Wald ist verboten. Okay, es ist nur Vögel gestattet. Findet ihr schon ein bisschen ungerecht, oder? Geh weg. Okay, aus. Jetzt mal ernsthaft. Habt ihr so ein Schild schon mal gesehen? Geh weg. Hab ich vorher noch nie gesehen, dass es so ein Schild gibt. Hier kannst du dreimal Hosenvollreinigung machen. Also wenn die Hosen voll sind, kannst du sie reinigen. Oder ist das irgendwie anders gemeint? Nee, natürlich sind die Hosenvollreinigung. Also, die Hosen werden voll gereinigt. Egal wie ich es sage, es klingt komisch, oder? Die Hosen werden einfach sauber gemacht. Egal was passiert ist. Kinderpunsch für 1,20. Auch mit Schuss möglich. Zum einen klickt es komisch, zum anderen... Dann ist es kein Kinderpunsch mehr. Ja, was dieses Schild soll, weiß ich auch nicht genau. Und jetzt habe ich wieder die Frage. Kann mir jemand sagen, was dieses Schild mir eigentlich sagen will? Weil, äh, was... Was geht da ab auf diesem Schild? Ich kann es... Ich kann es echt nicht... Nee. Was geht auf diesem Schild ab? Das ist hart. Die nennen sich... Cock und Sack. Bis dahin ist es schon schlimm. Und dann noch Eisenwaren. Ja, unglücklichen Namen würde ich sagen. Man muss sich ja nicht nach seinem Nachnamen benennen, wenn man irgendeine Firma aufmacht. Was die wahrscheinlich gemacht haben. Aber... Ja, äh... Nee, ihr wisst Bescheid. Was machen die eigentlich? Änderungsschneiderei. Was machen die? Nee, klar. Die wollten Änderungsschneiderei schreiben. Aber wenn es das Firmenschild draußen ist, was so irgendwie die Firma erstmal nicht kennt, repräsentiert. Dann würde ich das doch relativ schnell ändern. Weil das macht halt einfach keinen guten Eindruck. Wenn man das erste, was man für eine Firma sieht, falsch ist. Auch hier bin ich mir wieder unsicher, was das Schild bedeuten soll. Heißt das, keine Leute mit Harpunen stechen? Mach ich ja normalerweise auch immer. Und da darf ich es halt nicht. Was soll dieses Schild schon wieder heißen? Also hier sind Schilder dabei. Die können die aufstellen. Ich weiß trotzdem nicht, was ich darf oder nicht darf. So, und das war auch schon das letzte Schild. Also ich fand auch heute waren mir ein paar lustige, kuriose Schilder dabei. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video auch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und da bleibt mir schon nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank aufs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den Neutigen. Bye, bye.